Ist das gemein? Ist das gemein? Fortsetzungsvolk? So ein Ärger. Donald, wie hat dir denn bisher dein Geburtstag gefallen? Wie? Nicht so gut. Wieso? Wir hatten doch alles. Wir hatten Geschenke, wir hatten Gäste, wir hatten alles. Was fehlt, Donald? Weißt du was? Musik! Musik fehlt noch. Dafür können wir sagen, hier ist die Ream. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hey, Schlick und Blumwunsch. Hey, Blumwunsch, we are happy birthday. We are not worthy. Sing happy birthday, Donald. Yes. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Donald. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aber erst unsere Vorschau. Ein Gewitter bringt Darkwing Duck in ungewohnte Schwierigkeiten. Du wirst das erste Stück einsetzen und ich das letzte. Wie du willst. Ein harmloses Puzzlespiel bringt die Gummibären zum Streiten. Ist das vielleicht wieder eine Drohung? Seht mal. Und ein Stirnband bringt Bonnys Freunde auf eine brandheiße Spur. Es sieht aus wie Bonnys Stirnband. Bonnie! Bonnie! Nächste Woche dreht sich bei uns alles um die schönste Puppe der Welt. Sie trägt immer bunte Kleider, ist immer wunderhübsch frisiert. Und zwar ist es... Barbie! Und außerdem spielen wir noch mit euch und dreht sich noch alles um Märchen. Außerdem kommt nächste Woche zu uns Judel Neigl. Und heute sind schon bei uns die Ream. Und du bist das beste Ding. You're the best thing. You're the best thing. You're the best thing. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018